Guten Tag und herzlich willkommen. Dieses Video heißt Karbonsäureanhydride. Um das Video verstehen zu können, solltet ihr einige wichtige Begriffe bereits kennen. Was sind Karbonsäuren? Was sind Alkohole? Was sind Ester? Was sind Amine? Was sind Amide? Was sind Karbonsäurechloride? Außerdem solltet ihr aus dem Video Karbonsäurechloride bereits wissen, worum es sich bei einer Azylierung handelt. Das Video ist folgendermaßen gegliedert. 1. Herstellung 2. Wichtige Vertreter 3. Reaktionen 4. Aspirin 5. Zusammenfassung 1. Herstellung Es gibt zwei wichtige Methoden zur Herstellung von Karbonsäurehydriden. Wenn zwei Karbonsäuremolykuren Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com Gute Bildung zu Hause 5. Zusammenfassung 5. Zusammenfassung